Hallöchen, Hallöchen, ja hier ist Pulcinato di Campi Vicencio, die weltberühmte Ente. Ich sag mal hier herzliche Grüße an Odo Lindenberg und vor allen Dingen an Hermann Hessel, der heute gedenkt hat ist. Ja, ich finde es total cool hier vor der Kamera hier rum zu machen, das ist echt voll cool. Also darauf trinken wir einen hier aus Odo's Likörflasche hier. Boah, ne, guck mal hier, echt Odo's Likörflasche, siehst du das hier? Ja, ja, ne, denn Tschüssi Kurski.